Willkommen, willkommen zu meinem neuen Episode GhostCraft und sorry, dass ich so short klinge und jetzt geht's auch los äh, ich bin hab Heuschnupfen und äh, mir geht's auch nicht sehr gut so ähm und ich hoffe, ihr versteht das äh, wie gesagt Gott, hier war schon wie gesagt, ihr habt das Projekt gefeiert also, das ist mit einer von euch bin ich auch sehr froh oh, wir haben den getötet, geil haha, Noobie GhostCraft nein, ähm yeah das war eine sehr kurze Runde, da häng ich noch bei einer dran aber ihr mögt das Projekt, wie so aussieht und deswegen werde ich auch weiterhin Videos davon bringen aber, ähm, ja andere Projekte, äh, habe ich mir heute das Thema rausgesucht, die, äh, das heißt ja ja, nur GhostCraft, ähm, ja andere Projekte, wie zum Beispiel, ähm wie zum Beispiel, ähm Survivor Games werde ich bald ein Video rausbringen oder was weiß ich noch, ähm hier, ja hier, na wie jetzt ähm Hunger Games, gibt's auch auf dem Shotball-Server oder Mainz-Zie alter, was hätten das für irgendwie ja, ich komme hier ganz durch und immer, äh, hier die ganze Zeit, die Geister sterben das ist doch so ein Lugiaf gerade irgendwie ja, ich weiß ähm ähm ja, wie gesagt andere Projekte ich habe vor, auch ähm mal andere Maps zu zocken wie Adventure Maps habe ich noch ein paar rausgesucht oder ich mache auch selber Maps, die ich dann spielen werde und ja, ich komme mich ja ein bisschen mit Redstone auf und ja und dann wird's auch einen epischen Spiele-Modus geben na gut, kein epischen Spiele-Modus allgemein von mir, so scheiße äh, nicht allgemein von mir, sondern, ähm äh ich seh nicht, ich seh dich, ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh nicht Alter, das sieht grad zu crazy aus nein so, der ist tot also äh 9,5% yeah, Alter, geil ähm ähm ja ähm wie gesagt ähm andere Maps auch im episch Spiel-Modus nehme ich ein so ne als äh äh du bist in der ersten Etage eines Hochhauses und das werden natürlich meine Hochhause sein äh und musst die anderen killen und ja fertig machen und äh nicht die anderen killen die anderen killen schon das wird auch rund du musst als erster rum runterkommen vor die Lava dich einrollen von oben läuft ein Lava und dann alles print natürlich und du wirst du dann bestimmt abbrechen Alter ich hab öbis Panik jetzt geh- nein 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 vergiftung scheiße äh nein 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 hat heute drei Herzen schon au irgendeiner der idiotisch au ich hab schon wieder als einer gestorben äh ich hab bis jetzt nicht nur einmal beschädigt mit so einer gescheites Kugel ähm scheiße ähm ja und zum Beispiel auch Gold Rush fertig zocken ich glaub ich mach hier noch eine Runde und dann höre ich auf äh ja und ich hoffe euch wird das gefallen und andere Spiele ähm ich habe bald vor Need for Speed zu zocken ähm auch schon zählt und ich hoffe ihr seid da ähm dabei denn ich mag dieses Spiels sehr doll und ich hab's zwar noch nie auf dem PC laut zum Laufen geht dann müsst ihr mir mal vielleicht helfen und ich gucke mal in YouTube wie wir sollen geht auch äh aber das Problem dabei ist einfach ich habe ich bring das Spiel nicht zu laufen ich starte bei mir nicht das ich weiß nicht warum und wirklich ich weiß es nicht und das ist sehr blöd weil ich das Spiel für Andy 40 Euro gekauft habe Alter nein scheiße vergift doch vergift doch nein stärker hab ich noch ja ähm oder Jackmania falls ihr das sollt aber das ist jetzt bin ich auch sehr gut aber das ist jetzt das Spiel vielleicht was ihr nicht so sehen wollt Mensch Alter wie dämlich ist der Typ ja dämlich der nur wie Alter wo ist denn der hä in der Welt war gerade weg oder was wo ist denn der hin irgendwie verschwinden immer die Partikel von denen hey Leute ich hänge fest und neun ah nein ich scheiße neeei nein 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 Na, fuck. Ich bin echt scheiße. Alter, wie stark ist denn der? Irgendwie habe ich das Gefühl, der hackt der. Weil, guck mal, 23, da müsste er eigentlich schon längst tot sein. Hm. Ähm, ja, zumindest war das mein, ähm, äh, jetzt hat er plötzlich gestorben, hä, wie? Ach so, er hat alle gekillt, das ist doch irgendwie. Naja, zumindest das war meine Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wartet bitte auf neue Videos.